Ihr Lieben, ein weiteres Video für euch aus den USA. Hier etwas ganz Verrücktes. Wir waren auf einer Strip-Mall, da kannst du einfach Essen kaufen. Jede Menge Geschäfte sind dort, aber sowas habe ich auch noch nie gesehen. Gerade aus Deutschland kommende Leute sind dann immer wieder überrascht, was für Ideen die Amerikaner haben. Hier gibt es ein Geschäft mit ganz vielen Greifarm-Automaten, die ganz viele Zeichendrickfiguren, Animes und so weiter als Kuscheltiere haben, die man dann auch dort kaufen kann, auch Schlüsselanhänger. Total witzig, riesengroß, unfassbar war das. Das ist alles hier zu sehen. Es war überall leuchtend bunt und ja, auch in Übergrößen, wie ihr seht. Wenn man es dann schafft, kann man die natürlich dann auch ziehen. Kommt auch gleich nochmal im Video, wird sichtbar. Was ich total witzig fand, ist, dass neben mir zweimal jemand versucht hat, etwas zu ziehen und bei beiden ist es gescheitert. Also ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen manipuliert wird. Keine Ahnung. Hier ist der Patrick in Übergröße und hier kann man den natürlich erwerben, wenn man Dollar bezahlt und kriegt Coins und dann kann man es kaufen.